einen wunderschönen guten tag meine zuschauer und herzlich willkommen zu einer erneuten warfunder replay folge und ja heute haben wir ein neues replay von dem zocker ich habe ja in der letzten folge die am mittwoch kam gesagt dass er noch eins einreichen wollte weil ich hatte das andere jetzt ganz doof vergessen aufzunehmen update kam ja auf jeden fall er hat 15 kids eine eine abschlusshilfe genau und eine punkteinnahme und seit einmal gestorben ist auf jeden fall richtig stabil vfw absolut kein plan ja aber wir wollen uns das auf jeden fall mal anschauen und ich hoffe dass euch das kommentierte und das anschauen des replays gefällt und wir sehen uns dann auf jeden fall ja im replay so freuen da sind wir auch schon im replay drinnen genau das war der panzer wo ich zu frederick gesagt habe dass der voll hässlich ist jetzt erinnere ich mich jetzt erinnere ich mich das war der event panzer verbessert mich wenn ich da falsch liegt aber das war doch zu 100 prozent der event panzer deshalb ja den panzer fand ich jetzt nicht so schön aber das ist doch natürlich nur meine meine also mein eindruck davon hat natürlich jeder seinen eigenen eindruck und ja der zocker der findet den anscheinend ziemlich geil gehört dass er ziemlich geil sein soll natürlich konnte ich mich davon nicht selber überzeugen ich habe das event nicht mitgespielt und ja dann geht das natürlich nicht dann wird der zocker guckt sich fleißig um dann ist ein t4 30 steuert er anscheinend doch an die map kommt mir neu vor tatsächlich ich weiß es gar nicht welcher map wir gerade sind aber ja die sind ja die ist neu hier habe ich noch nie gespielt ist nur definitiv neu meinte ja auch dass da neue karten reingekommen sind also bis jetzt tatsächlich ist es so für ein replay von zocker tatsächlich ziemlich ruhig was ändert er jetzt natürlich in der die wanne durchbricht und hat erstmal ihn komplett ausgelöscht was ich ja schon mal wieder ziemlich geil finden ohne witz der panzer der so richtig übel sein natürlich ja gegen artillerie ja artillerie gegen flugzeuge ja gut und gegen artillerie ist der panzer jetzt natürlich nicht gerüstet aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm ja noch ein ja genau wollte ich gerade schon sagen einer ist noch da der wird jetzt definitiv ausgelöscht vom zocker und ja da hält ihn einfach mal der container auf oder auch nicht fährt einfach durch den container wer macht das nicht wieso auch nicht ja und erst mal wieder ein turm geschossen dass der schuss hat so gut gesplittert dass die ganze besatzung davon ausgeschaltet wurde drei kills hat er jetzt schon und uns werden halt einfach noch zwölf kitzel erwarten finde ich immer wieder kann ich mich nur wiederholen sehr unglaubliche wie ja sowas funktioniert sage ich jetzt mal um ich könnte mir sowas nicht mal er träumt natürlich weil ich hier so wenig hoffen der spiele für wird das auch niemals passieren dass ich fliegt mache klar sein aber ich schaue das trotzdem gerne mal an so was man hinkriegen kann viel hoff an der spiel ist natürlich ziemlich geil ansonsten zocker der fliegt wieder ein flugzeug ja irgendwie sah das jetzt komisch aus aber er hat auf jeden fall er hat auf jeden fall nichts damit gemacht er ist halt eher der panzerfahrer das hat er uns ja schon öfters mal gesagt und von daher ja dass er da nichts mit anstellen war klar ansonsten hat jetzt die besatzung von dem nächsten panzer ausgeschaltet ähm da entsteht ein komet wow kommandant war das glaube ich hat er nur erwischt jetzt kette und ja richtschütze und allem drum und dran ja und jetzt hat den fahrer noch ne dann war es das beim komet auch schon das tatsächlich äh war das ziemlich glück dass der schuss nicht direkt beim ersten mal so richtig gesplittert ist weil die sitzen beim kometen so scheiße äh die könnten direkt alle tot sein ja ansonsten hat jetzt den nächsten panzer ausgeschaltet die komplette besatzung ähm und jo das hört sich gerade komisch an der motor er hat wieder dasselbe flugzeug das ding ist ziemlich geil er wird beschossen die sturen e-mail den müsste er doch anballern können oder nicht da liege ich doch richtig ja das war es wieder komplett das ausweichmanöver hast du ja mal ganz komplett verloren oh da kassiert der zocker gerade ganz schön da der m äh m18 sein rohr ist kaputt können wir uns das ja mal anschauen das ist äh ja kann man mal machen ne bei den briten gibt es halt ein rohr das um einiges schlimmer aussieht äh also das dann wirklich in alle einzelteile aber das sah schon gut aus ja ansonsten dann machst du nix wenn er einmal mit dem panzer drauf ist dann äh kann man schon gut beisagen ja der hat ihn nicht gesehen voll in die seite alle ausgelöscht der zocker der quickscope ganz gerne ne so nennt man das also getriebe ja zwei besatzungsmitglieder der panzer der städter jetzt definitiv zocker könnte auch nochmal ins flugzeug ich glaub das nimmt er aber nicht wahr der fährt jetzt eher weil er mit darum ähm den panzer den er übrigens gerade beschossen hat wo er das betrieb und so genommen hat das sehe ich ja jetzt erst ähm war die abschlusshilfe ne so ansonsten er kassiert das ganz schön ähm wenn ich zu einem kill mal nix sage dann äh liegt das daran dass ich ja noch äh viel am anderen kill am reden bin ja ansonsten ne kann ich die beiden jetzt ja auch gut zusammenfassen ähm hat er sehr gut gemacht bei beiden die besatzung ausgeschaltet ähm da hinten kommt schon wieder tatsächlich ein ganz also richtig viele das war jetzt aber ja gut das war klar ne das äh war klar das war mehr als klar hätte er noch einen Gutschein mal schauen vielleicht hat er noch einen Gutschein genau er hat noch einen Gutschein wunderbar man kriegt ja glaubt man bekommt glaub ich sogar Gutscheine ich glaube man hat noch Gutscheine bekommen für diesen Panzer könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben ich weiß das gar nicht genau grad aber ich glaub man kriegt da noch Gutscheine für ich weiß gar nicht was der Zocker damit machen wollte aber irgendwie oh da hinten war ein Feind ja naja den Zocker den wird schon gut gehen dummerweise weiß ich ja der wird nicht mehr sterben die Zocker wäre sie jetzt von oben nach oben geflogen und nachher umgezogen hätte von oben in den Ostwind schießen können nur das wäre auch viel besser vielleicht willst du auch irgendwann mal anfangen Pilot zu werden hier in War Thunder ist ja auch nicht scheiße das sieht halt so blöd aus und hat auch manchmal halt toll ja das man schon vor der Sound verpackt muss immer checken das ist ja auch genau richtige Sicht ist weil der wechselt einfach mal gerne ab und zu alles ruhig bisher zwei Kills sehen wir noch und eine Punkteinnahme ja also wenn ich jetzt weiß ja dass ich weiß ja jetzt dass eine Punkteinnahme macht das heißt es wird höchstwahrscheinlich der B-Punkt sein weil er auch so straight darauf zufährt und ich denke da stehen noch Panzer in dem B-Punkt logischerweise das ist ja deren Gebiet und ich denke das wird da vielleicht sogar clearen komplett links steht ein Panzer D äh Panzer D alles klar Panther D und T34 steht rechts der steht im Punkt hat jetzt den Zocker aber noch nicht gesehen weil er auch gerade sehr beschäftigt ist der Zocker hat aber daneben geschossen weil er genau gerade weggefahren ist ähm ja der Zocker ist im Punkt ist Zocker im Punkt ja klar Zocker ist im Punkt aber er ist gerade außer Markierungen rausgefahren heißt natürlich weniger Punkte für dich Zocker ne ne das geht ja auch nicht hier das ist ja auch möglich so ja ansonsten die Punkteinnahme hat er jetzt sehen wir aber noch zwei Panzer Kills also die sind jetzt auf dem Weg ja zum gegnerischen Spawn und ich hatte ja gerade schon von dem Panther D gesprochen von dem Ostwind die werden jetzt höchstwahrscheinlich beide ja überrannt ne wenn man sich das anschaut die haben halt wirklich komplett verloren die haben halt noch den C Punkt aber ja gut gut ist anders ne oh der hat halt hätte er in die Luke getroffen der ist vielleicht noch übler für ihn ausgegangen aber gut jetzt hat er das Munitionslager getroffen und das heißt dann natürlich ja da machst du nix mehr ne Munitionslager hab ich auch immer so ein Glück tatsächlich ich treffe immer das Munitionslager und wenn ich das nicht treffe dann bin ich meistens leider Gottes immer tot aber gut hier sind schon viele Panzer glaub ich über die Autos rüber gefahren ich glaub das sollte so nicht sein 15 Kills ich hab das gar nicht mitgekriegt tatsächlich dass er 15 Kills gemacht hat ok naja auf jeden Fall ja ist das Match hier soweit zu Ende der Zocker der patrouilliert hier noch fleißig ähm vielleicht macht er noch ein paar Schussversuche da muss man mal nachschauen beziehungsweise ich schau jetzt nochmal zu aber ich denke hier wird definitiv nicht mehr viel passieren ähm der Zocker will sich eigentlich noch den Ostwind holen als ob man mit dem Panzer solche Probleme hat ja man passt nicht durch solche Lücken oder doch man passt durch solche Lücken da muss erst das Gebäude für einstürzen da muss ich sagen ist natürlich so ein äh dünnerer Panzer nehmen wir jetzt einfach mal den T20 in der Form um einiges besser ne da bleibt sie nicht mit hängen wenn du zum Beispiel abrupterweise abhauen musst da wollt er ein teammate erschrecken Herzinfarkt bei teammate egal Matches zu Ende hat mir auf jeden Fall sehr sehr gut gefallen ähm ja Zocker du kannst auf jeden Fall mehr davon einreichen ne ähm wie gesagt ich ähm muss jetzt mehr Replays halt vorstellen ähm also ist einfacher für mich also ne wenn ihr mir das Leben einfacher machen wollt reicht ganz viele Replays ein dann werde ich die nächste Woche alles äh ja alles komplett vorstellen und ja ne ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe dass euch dieses äh ja diese Replay Vorstellung gefallen hat und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Replay Vorstellung bis dann ciao